ja leute dann geht es auch gleich weiter hier und zwar der betonkampf mal sehen was das bedeutet wieder eine sprungchance wieder der selbe tunnel wieder der heißluftballon ein tor drei bagger ein zwei kräne hält scheiße müssen wieder das fahren ach die n8 hier wird immer jetzt so die entfernung zum zum ersten angezeigt das ist bestimmt dass man so durch wir haben die gecrasht ist geil so ein duell modus das haben wir geschafft jetzt verstehe ich das wir müssen alles ordentlich machen dann kommen wir in führung je besser man ist desto weiter vor dem anderen konnte man dann irgendwie oder weiß natürlich genau wo ich lang fahren werde mein vorsprung ist nur ein paar meter aber dadurch wird er noch mehr oh gott äh äh wo geht es hier lang es ist geil das haben wir es auch noch erledigt schnell da lang dann fahren wir weiter gerade aus da ich ja jetzt die map endlich kenne gut haben wir hier noch schnell durch scheiße 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 jetzt haben wir auch noch gestanden und dann geht es doch gleich weiter durch das ziel vorsprung ja sagen wir mal so 200 meter jetzt ist da weniger geworden okay ach nein warum er sieht er nur noch 50 meter davor das muss man das war knappe das gesehen ja schön jetzt noch durch das tor fahren dann haben wir da wieder ein paar meter chins nur 40 meter oi 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 komm 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 oh 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 gestanden gut bisschen hier gas geben und power gut nur noch 100 meter euu euu io Device Joia Ispvey Oh Gott! Komm 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 durch Oh, habt ihr das gesehen? Ah constantly oh es war noch mehr als nur knappe Nein Scheiße, die waren so gut, ey 29 Meter Vorsprung Ach du heilige Scheiße Nee, jetzt ein bisschen mehr, ach egal Ey, aber hier darf ich dir jetzt nicht mehr verkacken, ey, das war doch so scheiße Gut, sag mal wieder da ein bisschen was So Dann hier durch, jetzt da Schöne Musik, oder? Ja, finde ich auch Boah, die sich geil, dann, ey So, David, du überholst mich Boah, das war aber echt knapp, ey Hier noch ein bisschen Gas Geht's gleich wieder hier lang Und wieder Vollgas geben Und da drüber Oh, das haben wir auch noch gestanden Jetzt kann ja eigentlich Na, ich sag lieber nichts Nix mehr passieren Oh, das wär's gewesen, ey Ähm, ja, wir fahren einfach hier und durch Ich wollte euch das jetzt Oh, auch mal zeigen, ey Alter Schwede, nein Oh, das wär's gewesen, ey Komm, 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 komm Oh, die Emma, der Frank und der Veit und der Dale und der Gary Der kriegt wie viele Punkte Ja, boah, ich hab echt fast mit dem Doppelten gewonnen Sehr geil Fortfahren natürlich Gut, dann geht's hier weiter Das haben wir jetzt geschafft Jetzt machen wir Ähm, ja, die Brandrodung Na, sehen, was das ist Äh, ein Flugzeug Eine, eine Holzbrücke Durch das Flugzeug Ein Flugzeugfrack Kaktus Äh, das Eine Stadt Nailed Was zur Hölle ist Nailed Vielleicht sollte ich mal nicht mal gleich zum Anfang so viel Gas geben, ey Ach, ich hab die eine weggedrückt Habt ihr gesehen? Oh Scheiße Immer noch Oh, der hat Der Das Flugzeug Krass Oh Langsam hat man aber so leicht den Ach, du Heilige, heilige, heilige Scheiße Oh Oh Äh Nein Komm, komm, komm Oh Hier ist also die kleine Stadt, ja Hier links Auf der linken Seite Auf der rechten Seite Sehen Sie eine große Schl-Lucht Schl-Lucht Habt ihr das gehört? Das war die Schl-Lucht Ah, die ist sehr, sehr bekannt Hier in meiner Gegend, ja Gut Haben wir auch gestanden Wo? 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 Äh, äh Wo lang? Ach, hier lang Okay Man muss sich echt hier auf alles konzentrieren, ey Deswegen müsst ihr mich echt entschuldigen, wenn ich zu viel Scheiße hier laube, ey Oh Nein Oh Gut Oh Komm, 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 komm Gut Ähm Geht links und rechts Wir gehen fallen erst mal links Denn das bringt Ha, 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 ha Oh Gott, ist das krass So Oh, nein Oh Bili Ocean So Oh Ich bin schon nach links gedraftet Gut, hier gibt es ja eigentlich nur Na gut, es gibt nur den links daneben, den Weg, aber Oh, krass Oh, oh Oh, das wollte ich gar nicht, ey Krass Ja, den haben wir auch geschafft Geil Ähm, 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 rechts lang Andere mal sind wir links lang gefahren Oh, das war, glaube ich, keine gute Oh, doch, es war eine gute Entscheidung Diesmal, glaube ich, auch Ja, diesmal, glaube ich, auch letztes Mal rechts lang gefahren Ach, nicht geschafft, ey Oh, okay, da darf ich Oh, ich muss niesen Es tut mir echt leid, sorry Wer mir das jetzt im richtigen Rennen passiert, der wäre ich bestimmt ab, also abgekackt Ja, genau wie jetzt Oh, Mann, ey Das ist, wenn man niest Oh, ist das? Oh, krass noch da durch Ähm, ähm, rechts Oh, war es erst die zweite Runde? Alter Schwede, kommt mir ziemlich lang vor Na gut, jede Runde bei drei Nee, insgesamt jetzt schon Die Rennzeit Komm Die Emma Die Emma ist gut, oder? Na toll, was war das denn? Und Boost Das haben wir auch wieder geschafft Sehr geil Geht's hier gleich runter mit Volltempo Natürlich voll gegen Einstein Aber das macht uns ja nix Wie heißt natürlich Hammerhai LP hier? Ich weiß, hätte ich mal ein bisschen so ein weiblicheren Namen nehmen können Wie zum Beispiel Lucifer LP Das hat sich doch ziemlich weiblich an, oder? Das ist ein sehr weiblicher Name Nein, mein Freund, das war ein Spaß, ja Man muss hier alles immer mit Humor sehen Oh, komm, komm, komm Oh, das haben wir wieder nicht geschafft Ähm, da lang Boah, ein das noch zu so einer späteren Stunde So ein anstrengendes Spiel Aber, oh, komm, hier, ja, rechts lang Ah, na toll Das war ja so ein Special-Tor, ja Oh Fahren wir hier schon? Ja, ne? Bestimmt Oh, oh Oh, nee, ich glaub noch nicht Oh, nein Scheiße Äh, fahren trotzdem mal links lang Oh, bisschen Gas geben Oh, oh, fahren wir rechts lang Komm, 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 komm Oh, nein, 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 nein Oh, so Oh, durchs Ziel Uh Junge, 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 Junge Junge Ey, gekommen Dann, das letzte Rennen machen wir da noch Und ja So Das wird dann auch der Kollisionskurs kurs ja was bedeutet das wohl flugzeug da ist okay das mit dem turbo ding das bringt wohl nichts so wie in anderen games sollte ich lieber mal sein lassen weil bei einer grenze ist doch mal so wenn du dann bei einer los dann gleich zur start ist dann so ein bonus ding also so dass du noch mal ein bisschen mehr speed das macht es nicht bei dem game es bringt nix wieder überholt muss jetzt aufpassen dadurch nein ich bin leider zu schnell geflogen das langsam kenne ich die strecke scheiße was zur helle willst du denn hier ich hab die voll abgedrängt scheiße doch nicht ich dachte ich hab da wehgetan ochmann ich wollte mal gern mal so einer frau wehtun was ich bin ich bin ich denn hier das war gerade zu wenig gas ok jetzt muss ich gleich noch mal fahren aber ich habe mir ganz ehrlich gesagt das jetzt nicht merken können geschafft kommen gleich hier dank und dann schnell noch ein vorbei dann super speedy durch das tor erste runde geschafft so mit 150 so die firmen jetzt habe ich ein jetzt habe ich ein schon wieder die stelle vergessen wo wir da lang wollten vor allem hier lang sucht habe ich natürlich auch nicht fliegen gott ich dachte schon ich kollidiere mit dem berg hier lang gefahren aber eine tolle gerade gerade wisst gerade so ein scheiß merke ich mir so und so und so ein fehler merke ich mir aber was da gut wäre merke ich mir natürlich nicht nein ich bin links lang gefahren da war es doch schon ich bin nämlich unten dann lang gefahren ja ich habe es wieder mal nicht hinbekommen naja ist ja egal ich habe mich doch noch hoffentlich noch lieb natürlich knapp 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 ich dachte schon das ist eigentlich nur noch ein dauerbetrieb bei mir ja ich habe so viel boost turbo weil es eigentlich doppelt gemoppelt wie ein runder reifen ein und darf ich aber nicht mal kratzen lieber doch nicht kratzen so diesmal merke die normen gefahren links lang links gut wir geben gas wir geben noch mal gas wo siehst du jetzt heißt mir gemerkt ich glaube die andere stelle kann doch auch gleich nein das war es nicht das war hier das und links lang ja jetzt heißt mir gemerkt links lang hier hoch rechts lang heißt das war es dass das war es okay gut Oder auch zu Mäusemelgen. Egal. Hä? Was war das denn, Mensch? Kann ich mal da rüberfahren? Nein! Was? Äh, wisst ihr? Natürlich, gegen sowas kann ich dagegen schneiden, aber bei dem anderen, ne? Oh! Das ist so eine scheiß Bodenlücke da. Oh! Gut. Du hast folgendes freigeschaltet. Neues Teil. Ähm, neue Lackierungen. Und eine neue Map. Die, äh, den Arizona Cup. Und ja, wie wir den Arizona Cup dann beim nächsten Mal erledigen, seht ihr, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann tschüss.